Boah, fuck man! Kommt zum Punkt, ey! Ist doch Schatz hier! Ganz ruhig! Ich hab ja... ... Das ist der Arme, Alter! Oh! Das ist der erste Statement. Das erste Statement ist gleich. Und klick, klick, klack, bum bum. Ey, da bist du ja! Mati! Mati! Mit nem Bleistift? Du bist so ein Depp, Mann. Mit nem Bleistift? Mann, wenn du hier ne Schaden rumzuliegen hast. Alter, da! Hier! Ganzes Voll! Du kannst sogar ne scheiß Feder benutzen! Was ist das denn so kacke, Mann? Mann, hör doch mal auf! Das ist so kacke! 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. Das sieht so kacke aus. Danke. Okay. Okay, lass. Okay, und? Mann, hör doch mal! Das sieht fast so aus, als wären die mit der Kamera durch den Weltraum geflogen. Ja, warum haben sie es nicht getan? Haben doch genug Kohle. Ja. Kannst du nicht abreagieren? Oh ja, ich meine, oh ja. Es wird nicht besser, dann doch noch mal. Kommt da noch was? Nein. Ah, das nicht mehr. Ich denke mal, ich höre ihn dran. Ja. Oh. Oh, ist dann der total bescheuert. Jetzt haut der einfach auf den Pad drauf. Oh, das war doch der Anfangsmonolog. So was episches gibt es doch kein zweites Mal. Ganz ehrlich, so was kann man noch nicht unterbrechen. So was episches gibt es doch kein zweites Mal. Nur in Teil 2 und 3. 急 ich schauen. Du musst es nicht da tragen. Anders sehen uns da hin. Fynnigst du dich? Fynnigst du dich? Fynnigst du dich?